Ja, mein Leute, ich bin's, euer neuer Pop-Ditan da draußen in Deutschland. Der neue Pop-Ditan von Deutschland, kann man sagen. Und es ist wieder mega geil. Ich habe viel zu tun, viele Aufträge, das Handy bimmelt dauernd. Und wie gesagt, hier habe ich schon wieder einen neuen Track, den ich fertig machen muss. Und ein anderes Tonstudio, die haben angefragt, andere Produzenten, die wurden aufmerksam halt jetzt. Und ja, also es ist alles super. Bis zum nächsten Mal. Guten Abend, Chef. Guten Abend. Hi, guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Gut. Ich hätte gerne die beste Kuhle Eissieberat. Was habt ihr anzuspielen? Alles. Alles ist gut. Ich nehme eine Kuhle Karamell. Und weil wir bald Weihnachten haben, müssen wir noch fünf. Ja. Vielleicht auch mal. Nee, warte, Lacki will ja auch. Aber dann muss man auch. Sonst nehme ich ja mal das Kuhle Eissieberat. Du weißt ja. Ja. Ich hätte nicht. Zink und? Äh, genau. Zink und, äh, Kuhle Karamell. Ja. Weil ich liebe Karamell. Dein Eis schmeckt auch immer wieder voll. Wahnsinn. Ich bin heute nicht. Nee, ich bin schmaler. Nee, stimmt so. Stimmt so. Alles gut. Stimmt so. Ich bin jetzt schon einmal mehr. Ja, ich bin jetzt auf her. Komm, Lacki. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020